Hey, Kelsi, du brauchst Hobbys, du... Ping-Pong! Der Ping-Pong-Ball schlägt zurück, wo haben die ihr Gerät, da, die haben ja auch keine Exe mehr drinne, dann muss ich doch bei mir das Zeug klauen. Komm runter! Hab dich! Reicht das Runt überhaupt? wo ist ein pingpong pingpong lebst du selbst du hallo kaputt gemacht ich glaube eine tolle ketze ich pack da jetzt nicht wieder da was dann nichts das ist sogar ein Stück gewesen Das gibt bestimmt einen Copyrights-Track. Aber Cassie... Nö, mach ich nicht. Äh, okay. Und da unten. Find the Moon. Nee, da kann ich mir nur 5 Questbücher abholen, das ist langweilig. Äh, die Cassie könnte ja mal, wenn sie Langeweile hat, die Kisten hier oben sortieren. Sortieren. Umsortieren oder die Kisten sortieren? Das Lager wird erst eingeräumt, wenn ich so weit bin. Äh, ich will die Base verschönern. Jetzt. Wenn Cassie das sieht, die verliebt sich in die Wand. Zeit. Wo? Dieses Kichern vor allem. Falsche Wand. Falsche Wand. Cassie. Zu weit. Ja, da ist deine Lieblingswand. Da. 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 Du meiniges. Ach, Cassie, Cassie, Cassie. Ach, Cassie, Cassie. Bis nach. Dann. Ehh. Ehh. whos? Ahh. Ah. sie haben eine doppelkiste für gab es doch auch deswegen wechsel ich das ist sie hat die sonne vertrieben ja ich fühle mich immer noch so hingezogen zu dir acht stück brauche ich auch die krieg ich doch noch zusammen verdammter schade krieg ich nicht wieso stehst du da in der ecke ich habe gerade das neue ich habe noch in halb volles den leeres passt apropos ich wollte die ganze zeit nach was gucken ich habe mich so verrückt und kürr im kopf das ist unser ziel wie viel habe ich 20 stück gerade mal ernster ich kann mal 5 raus das ist doch ich glaube das lager ist zu klein recht das überhaupt war vorher gesagt ja aber wir machen hier noch ein paar iron chest sind dann reicht das da wo der ganze club reinkommt die stein und sowas also es könnte ruhig jemand oder copper kisten herstellen da hätte ich nichts dagegen außer kenne sie nein die macht das nicht die macht das falsch die versuchen steine drumherum zu machen obwohl copper drumherum muss ich bin gerade irgendwie so schön ich habe es geschafft so du scheiße das reicht wirklich hinten und vorne kann man die auch in den boden bauen die kisten das geht wollen wir unseren boden aus kisten machen boden und decke aus kisten dass das geht halt wirklich nicht so viel kopf sieht man dann was da drin ist lol ja das geht das wäre natürlich auch noch was das wäre es ja dann würde ich hier einfach da so die reihe hier lassen diese komische blumendinger lassen und die vollgekackten steine würde ich da könnte ich sogar hier das so ein bisschen schöner machen und hier sagt schon stein hinsetzen das ist so ein schönen abschluss findet soll ich dann nochmal diesen blumensteinen da machen ja kannst du machen nur dann können wir den auch für die decke nutzen ok das ist natürlich dass das geht das ist allerdings ich muss noch zwei blöcke nach unten kram oh gott hey Was denn? Nicht so wenig wert Ja Ja, Cassie, hättest du dir vorher überlegen müssen Du hast es hier mit jemandem eingelassen Der Ja, auf günstigem Fuß lebt Sei froh, dass du dich nur auf mich eingelassen hast Und dich auf andere Personen Dann würdest du dich so dreckig fühlen Dass du 24-7 duschen würdest Ich habe eine kaputt Jetzt brauchen wir sie auch nie mehr Jetzt haben wir eine andere Möglichkeit gefunden Und das ist jetzt aber wirklich ungewollt gemacht Egal Nee, die können wir schon gebrauchen Irgendwo kommt noch eine Crab-Kiste hin Wo wirklich noch Scheiß reinkommt Aber Cassie, ich mache deinen wunderschönen Boden kaputt Deinen wunderschön vollgekackten Stein Ey, die hat sie dir ausgesucht Schatz, sag mal Wie oft muss ich? Ich habe den Stein ausgesucht, Cassie Die hat draufgesch- Okay Zum Glück Bei draufgehe War auf einmal Stopp Musst du was weniger rauspiepen Ich würde das auch so drinnen lassen Also ich bin nicht mal monetarisiert Warum sollte ich da irgendwas rauspiepen? Ja, stimmt Mehr als ein Strike kriege ich das sowieso nicht Ich kann mir bis jetzt noch nie was zu Schulden kommen lassen Bei YouTube So dass ich gebannt werde oder so Schatz, du weißt worauf ich anspiele, oder? Ja Nee, aber Cassie müsste das mit dem Duschen und dem Dreck Ich will auch wissen, wenn ich Ja Ich will nicht zu weit ins Detail gehen Sonst muss ich wirklich noch Schindebel Arbeit machen hier Ich bin verwöhnt Weißt du, du bist verwöhnt? Das prügel ich dir aus Sag mal Cassie Du bist doch 32 Gab es zu deiner Jugend noch Prügelstrafe? Ja Okay Du hast aber nicht viel davon abbekommen, kann das sein? Reiz die Kaffensansage an Cassie, ey Die sind voll, die sind ja Oh Gott Was macht die Cassie eigentlich? Die rennt hier nur dumm in der Gegend umher und macht nix Lass mich, ich darf das Hier unten rennt es auch noch um Sag mal, schau mal Dann nervt sie mich ja schon wieder Genau, das wollte ich Ich wollte Upgrades machen für das Automatic Thief Scheiss, der Arm, lass mich hoch Fortune Speed Ich brauche Redstone Alloy Vibranium Alloy Und Dark Steel Ball Alles zeug, was ich noch nicht haben Schieß mich doch tot Aber in irgendeiner Quest kriege ich sowas Nein, das nicht Nein, das auch nicht Nein, das auch nicht Achter mal Nein, das auch nicht Das auch Die Quest ist weg Irgendwie finde ich die Quest Ach doch, hier unten Ach, ich muss die da noch Craften Damit ich aus einem Vier Ach du Scheiss Wir möchten mal mit Ender.io anfangen Weil ich glaube, es ist ja Ender.io ist hier ein bisschen einfacher gestrickt Toll Alles Cassys Schuld Aber irgendwas gab es noch, was ich machen sollte Hier, das da Unser Lager fertig Ja, das sowieso Aber ich brauche erstmal ein bisschen Holz und alles Zwei, vier, fünf Brauche ich davon Hab ich So Stein da rein Cleanstone da rein Tyrian da rein Das da rein Die Maschine bleibt Die Dolly's bleiben Ich brauche Neue Pickaxe Haben wir hier Halt Konduitz Energieleitung Holz Das Das Warum habe ich Bäume im Inventar Hier ist trotzdem keine Ordnung in den Kisten Cassy Also Ich würde mir mal Gedanken machen Gegeben mit dem Kisten sortieren Mimimimimi Ich sortiere dir in halb von fünf Minuten sind nie wieder Ja In halb von fünf Minuten glaube ich nicht Einer Warum steht mein Schatzi so rum Weil ich nichts zu tun habe Wie wäre es denn wenn du hier weiter abbaust Das hier abbaust Ja Achso du hast eine Was ist das hier Guck mal Cassy Hier Hinter dir Ey Was haust du mich Ich hab die hier in dem Ding drin Was ich in der Hand halte Hier Da kannst du Kisten transportieren Selbst wenn die befüllt sind Jetzt hat sie ein neues Spielzeug Ich hab eine Dolly gecraftet Das war eine Quest Jetzt hat sie ein neues Spielzeug gefunden Und das hier Sorting Barrel Ach du Scheiße Ach dies Haben wir Gold Kann ich herstellen Wenn ich meine Maschine auch Ja Vier Gold Na jetzt Wenn ich eine Sorting Barrel mache Und Na jetzt hab ich glaube ich noch Ja hier ist in der Kiste da oben So ein sieben Dann brauche ich doch noch mal Hier so eine So eine da Jetzt zieht mich sogar schon Cassy an Jetzt zieht mich sogar schon Cassy an Jetzt habe ich die Sorting Barrel Warte mal wenn ich hier was rein mache und das rauspumpe Wo sind die jetzt hin? Hast du die? Ja Ich hab sie dir gerade so gehofft Ich muss erst mal gucken Wie wir es mit der am besten machen Gut Die Folge ist jetzt hier auch voll Ich bin ein Ich bin ein Rockstar dancer Till ich drop My life is so hard If my hope is the club My stage is the dance Your party Ich bin ein Ich bin ein Das ist jetzt hier auch voll